schrien haben welches hallo weil der Song ging so hallo hallo weißt du hey das klingt nach nem guten Song ja der Song ist auch geil auch vier Minuten und ich bin endlich frei sicher? ja du bist ausgebrochen das heißt du hast du bist mehrmals ausgebrochen das heißt du hast ach der Hammu ist ja auch da ja ja natürlich ja der Mammut ist natürlich äh der Mammut ich hatte Mammut ja vorhin angerufen noch bevor ihr aufgenommen habt mhm per Telefon per Telefon also moderne Menschen nennen es auch Handy ja ey ich mein Mammut hallo wir haben uns früher auch mit der Telefonzelle vor dem Spiegel fotografiert eben nein haben wir nicht das war ein Scherz ja ich weiß schon so klar aber ich weiß nicht was ich jetzt gemacht hab weil bei uns tun sich wirklich viele dass sie sich mit ihren Kack Smartphones fotografieren auch mit kleinen Kinder wo das Smartphone fast durch ist aus der Schädel alter das ist auch so krass ne dass du da dass du da Smartphones hast die sind fast so groß wie so ein Tablet PC ich wollt grad sagen die Dinger heißen Smartphones Smart heißt für mich klein, kompakt nein es heißt klug ja und klug ja gut aber Smartphones ist für mich halt klein, kompakt, Touchscreen, klug was weiß ich und nicht so ein Tablet ja auf jeden Fall hab ich dann mein Telefon und hab mich dann mit vorm Spiegelfoto gefehlt und hab das dann auf Facebook drauf und gefragt hey wo machst du denn das dann hab ich so gesagt, ja äh ich dachte da bin ich jetzt nicht so cool wie die ganzen kleinen Kitties die ich nein das war gestern noch cool jetzt nicht mehr wo ist derjenige der im Knast sein sollte? ach so ach Bad Rock Zeller ach Bad Rock Zeller für die ganz fiesen Burschen die da einfach immer wieder versuchen wollen auszubrechen ja aber ich muss jetzt mal kurz weg und wie kriegt man den da wieder rein und raus? gar nicht und wart ihr im Cheat Modus? ja er hat sie freigekauft ja er hat sie einfach freigekauft und ich darf ich nicht freikaufen das ist halt ungemein du darfst sie freikaufen aber du hast nicht genug Diamanten dafür ah Hammu hat auch hier unten schon ausgebaut weitergemacht irgendwas hat er da gemacht ja irgendwas komplett tot und verderben hat er ne? ja normal halt ne? standard standard damit werde ich nun ein Versprechen abgeben die ersten Diamanten die ich finde werde ich Hammu schenken wenn er mich in zwei Minuten rauslässt übrigens Jungs morgen äh morgen genau äh nächste Woche schicke ich euch dann den Link wenn das Video fertig ist nächstes Wochenende und könnt ihr euch das mal angucken was ich da schönes fabriziert hab mit ihm und den anderen ich werde ignoriert und für die für die wieso bist du ignoriert er hat's gemerkt was hab ich gemerkt hä? nicht du ich bin von mir wieder toll ich komm grad von mir wieder drehen ich bin fertig ich bin so fertig hab mich sogar noch in Düsseldorf verlaufen ich kann ihn trösten schickt mich zu ihm nein äh nein oh man selber schuld wann machst du denn so'n Scheiß wo hätt ich noch nicht Düsseldorf verlaufen ey du hast angefangen ja ich hab mich freigekauft und ich hab nicht rumgeheult ne ich hab heute den Laufnahme angefangen ähm ähm äh 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 was zum das ist nicht witzig Leute wer hat ein riesen Loch bitteschön in dem Gefängnis grad ganz gerade nach unten gegraben wer ist denn so blöd und 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 oh Gott da darfst du auch wieder schön zumachen weißt du ja ja ich weiß ein ein wildes Bulbasaur und und bleib drin ähm wenn er jetzt nicht drin bleibt dann werd ich das okay hey Bulli mach's fertig mit Tackle Tack for Rack bitte was Tack for Rack achso oh oh man oh man jetzt nicht gegen euch diesmal also hey ich hab so derben Sonnenbrand ich bin so derbe müde ich mach Kekse was soll ich denn sagen meine 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 Füße meine Füße haben Blasen und die Blasen von den Blasen haben Blasen und diese Blasen haben wiederum auch Blasen Blasen ja wir haben Kinder oh es ist halb ich kann raus du musst ne dreiviertel Stunde drin bleiben das weißt du seit wann ist er drin noch nicht so lange seit ne halben Stunde 5 Minuten seit ne halben Stunde seit meiner Aufnahme ne 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 davor schade schade da wo ich entweder gekommen bin seit einer halben Stunde seit einer halben Stunde seit einer halben Stunde Memme ja das bin ich und ich steh dazu ach guck mal da haben wir ja noch Klinis 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 was ist das witzig jetzt Alter hast du ein Problem mit Alter Lan Alter Lan woher zisch Alter Alter Mam Alter Lan zisch Junge Machen wir uns erstmal das Dach da oben dicht ne Genau erstmal das Dach dicht Achso warte mal den Pokéball der gerade kaputt gegangen ist den können wir ja jetzt wieder zusammensetzen Alter ich bin so platt Ja merkt man Woran? Weiß nicht du klingst irgendwie fertig Ich bin auch voll fertig Ich mein ich hab äh Max hat mich heute Nacht noch angeschrieben oder was heißt heute Nacht irgendwann heute Abend äh gestern Abend besser gesagt keine Ahnung so um 12 Uhr äh halt war es noch gestern war es noch schon morgen keine Ahnung auf jeden Fall hat er mich auf jeden Fall hat er mich dann äh angeschrieben um 12 1 Uhr rum Ey meine Box ist im Arsch wie könnte sein dass wir nicht drehen können und so ja dann hab ich ihm noch bis äh 5 Uhr morgens hab ich noch ne Box besorgt war noch bis 5 Uhr morgens unterwegs hab mich dann 4 Stunden hingelegt und bin dann los zum Videodreh und bin seitdem auf Achse und dementsprechend bin ich jetzt auch platt Das ralle ich jetzt nicht warum nämlich weil 42 das ist die Antwort des Lebens auf das Leben und das Leben ging das Leben Na Jesus wie ist das so in der Bedrockzelle so wie er da wie ist das so in der Bedrockzelle wie ist das so in der Bedrockzelle es ist steinig und schwer nein steinig dieser Weg ich hab mich einen Stein eingebaut damit fühle ich mich sicherer Aja genau Wollte ich nen Keks dieser Weg Aja wie soll ich hier sein weißt du was Tell Freak ach Tell Freak schönen guten Abend Aja Habe den ja gar nicht mitgekriegt dass der auch noch hier ist ja wo der Rest mal wieder geblieben ist keine Ahnung genau wenn ich komm ist niemand da ähm hast du den schon verklickert wegen Aufnahme wie lange wir heute machen äh ich hab das so kurz angeschnitten aber ich glaub nicht dass mir jemand zugehört hat äh nein da war ich kurz weglaufen wie lange warten wir heute wir machen heute eine halbe Stunde länger als normal genau weil wegen ähm erzähl mal gleich mal 42 ist dein Handy hier was ok dann muss ich das Feuer wegbringen was ich muss mein Handy vorher wegbringen vor 20 Uhr auf jeden Fall warum weil ich sonst angerufen werde aha warum machst du sowas hä warum machst du sowas naja das ist dann nach der Aufnahme eigentlich nein nach der Aufnahme ist erst dann wenn wir sagen dann hätte er es Mammut vorher sagen müssen ich habe es erwähnt nur mir hat keiner zugehört wie auch ich war wahrscheinlich doch gar nicht da doch du warst da du und äh Mr.Telbfreak Hammurabi war nicht da dann hab ich wahrscheinlich dann hab ich wahrscheinlich weiter Musik gehört waren sie denn alle pünktlich Mammut oder muss ich denen auf die Finger klopfen also Hammurabi war definitiv nicht pünktlich ja ich war der pünktlichste also ich war warte mal ich war er hat gepennt ja sorry ich war knapp knapp 72 Stunden wach na und ich war bei dir nicht nee ich war 72 Stunden wach ich bin seit knapp 30 Stunden wach ach da ich fang nicht an bis ich einfach nicht wach bin ok weil du gesagt hast du bist halt heute 4 Uhr wach das heißt die Rechnung geht nicht ganz ab hm Mammut ist schon lange wach so wie es sich anhört so wie es sich anhört ich meine ich hab dich ja gestern Abend noch irgendwann online gesehen ja und du hast mich vor ein paar Tagen um zwei noch am aufnehmen erlebt ja wo ich dich dann angeschrieben hab und gesagt hab alter du musst doch morgen arbeiten willst du nicht mal pennen äh nö pennen wird überbewertet ohja ne wir wissen nicht eh wissen nicht pennen ist zwar cool aber wird überbewertet ich hab auch nicht viel gepennt die Nacht mein Gott ich kann gar nicht mehr pennen wir sind Gamer wir schlafen nicht viel außer morgens wenn wir zur Schule müssen oder zur Arbeit aber wir hatten auch so Spaß vorhin wegen Gamescom und so weiter äh haben wir uns auch unterhalten also ich hab mich jetzt schon nicht zu Gamescom zu gehen dann zu Konichi Konichi ist bester iiii 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 ich sag jetzt zu Gamescom ooooh zwei rosten Mitleid ooooh ne und äh Max meinte dann nur so ja er wird auch da sein aber wahrscheinlich auch auf dem Video Day und so und dann sagt er wird sich aber pass auf jetzt kommt äh mehrere T-Shirts mitnehmen zum Wechsel weil er will ja nicht als äh sein Gamer Shirt dann an RTL schicken wie ooooh gute Idee okay das verschwitzte Gamer Shirt nach RTL hast du diesen Aufruf nicht mitgekriegt von ne spieletipps.de 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 hat äh letztes Jahr dazu aufgerufen direkt nach der Gamescom äh wir sind ja nur verschwitzte Gamer und tragen ja fünf Wochen lang dasselbe Shirt gehen nicht waschen und ähm da meinte ähm der Typ von spieletipps so ja dann lass uns doch alle mal äh unser verschwitztes Gamer T-Shirt direkt nach äh nach der Gamescom äh zu RTL schicken okay und ich werde auch mehrere mitnehmen zum Wechseln aber RTL macht ja nicht so die Gamer fertig oh doch neiiiin es gibt noch mehrere Gruppen die sie fertig machen hey also ich sag mal so jedem ich sag mal so jede Minderheit hat das Recht auf Diskriminierung ja aber was zu weit geht geht zu weit ach so ein Gamer sind keine Minderheit huch tschuldigung äh wo sind hier die die Hölzer nochmal äh äh Holz ist hier rechts rechts ach geht drüben ach 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 noch aber nicht ja aber nicht das rohe ich brauche die Baumstämme hu ein Mammut aah mach das nicht nochmal mach das nicht nochmal behind you ja ja und dann ja und dann ja und dann was soll das denn da für ein komisches Gebilde werden ist es dein das wird irgendwann meins irgendwann irgendwann ich hab noch keine Ahnung was ich mit dem Dach mache aber aber guck mal ich klopfe mal ja so klopfen die Leute auch immer bei mir oh eine Wendeltreppe aha 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 sehr schön sehr schön muss ich schon sagen so klauen wir uns mal das Holz von Mammut aha nein haben wir keine Bäume mehr hier gepflanzt alter watter ne ja aber ich hab 50 Eichensitzlinge wollte ich gleich mal verpflanzen aber das sieht auch nicht schlecht aus bei meinem Haus da mit dem Baum oben drauf auf dem Berg ne ja und du hast keine Fenster doch hab ich ja aber wenig brauch ich nicht die Innenausstattung wird dann gemacht weißt du und ähm also die Wände werden gezogen Innenausstattung und so dann kommen erst die Fenster rein wenn ich weiß wo was hinkommt okay Alter ich bin so durch den Wind ich bin ich glaube ich hab einen Sonnenstich heute gekriegt merkt man wenn du das Sonnenstich wäre dann wäre es ja okay oh sehr nett ja so bin ich doch weißt du doch ja ich hab dich auch lieb ich weiß du Arsch und du mit dem Loch hinten dran ja so jetzt die Frage wie mach ich das sag ich wahrscheinlich mach ich es gar nicht ich wollte eigentlich in diesem Park mein Haus rum da willst du das Haus haben schenke ich dir nein ich bin mein eigenes Haus ja dann bau dir doch eins du wolltest doch hier äh 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 du möchtest eh nach fünf Minuten warten ja wenn du rauskommst dann äh frag mich einfach dann frage mich einfach Bauschen sprechen nur von 5 Minuten ich spreche nur mit ich spreche nur mit Ex-Häftling und nicht mit Insassen ich hege mich auch dann schaue ich jetzt auf dem Weg dann schaue ich dich mal nach wer sind die großen Feinde von RTL 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 feinde äh einen feind hast du hier schon zwei 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 Gamer sind hier die Feinde und Utakus sind die Feinde hier das ist auch so ein Utaku oh ja gibt's offen zu ich hab sogar ein cosplay in mein Zimmer Alter mit Cosplay hab ich nichts mehr am Hut ich schon weil Vergangenheit und so oh mein Gott was ist passiert genau erzähl ich dir nach der Aufnahme ich verstehe hättest du nicht gefragt ey hättest du nicht gefragt ich auch eh wieder vorher ab bevor er mir das erzählt so wie da hast du dort abaddon äh genau dort abaddon hab ich dem Hammu auch noch eben schnell erzählt was ihr noch gemacht habt abgesehen von der einen ne also rtl hat mit Hitler zusammengearbeitet mit Hitler ja ja ist klar Muratz erzähl das deiner